Mit viel optischer und funktioneller Klasse kommt die Nike Printed Tempo Short für noch mehr Spaß gerade an warmen Tagen genau zur richtigen Zeit. Sie sieht nicht nur richtig gut aus, sondern gibt dir beim Sport auch ein lockerluftiges Gefühl und schränkt deine Bewegungsfreiheit nicht ein. Mit dem elastischen Bund kannst du die Hose für dich individuell einstellen und anpassen. Das Dry-Fit-Material besteht aus Funktionsfasern, die atmungsaktiv sind und dich während des Trainings immer trocken halten. Zusätzlich unterstützt wird die Atmungsaktivität noch über die seitlichen Mesh-Einsätze. In die Hose integriert ist auch ein atmungsaktiver Funktionsslip, sodass du auf Unterwäsche getrost verzichten kannst. Ebenfalls in der Hose zu finden ist eine kleine Minitasche, in der du deinen Haustürschlüssel sicher verstauen kannst. Mir persönlich gefällt die Nike Printed Tempo Short sehr, weil sie farblich mit vielen Textilen kombinierbar ist und sich trotzdem mit den feinen Design-Applikationen abhebt. Sie ist ideal für alle Läuferinnen, die an warmen Tagen oder bei Wettkämpfen viel Funktionalität und Freiheit und natürlich Leichtigkeit von ihrer kurzen Laufhose erwarten. Du bekommst sie über deine Runners Point Filiale oder ganz schnell und einfach im Online-Shop unter www.runnerspoint.com 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 Vielen Dank.